Jo Leute, was geht da? Herzlich Willkommen bei einem neuen Video von mir. Hoit! Heute! Jo, herzlich Willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe mich jetzt schon wieder... ...ne Beine. ...gebellt. Und wir gehen ins Einkaufen. Und ich mache einfach mal ein Video von meinem Einkauf. Ich habe nämlich immer zu viel und... Ich muss halt mal einkaufen gehen. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Kann man nämlich auch ein prima Video draus machen. Wo ich euch zeige, was wir so ein bisschen einkaufen haben. Ja, also... Ihr werdet es ja sehen, ich fahre jetzt schon in den Supermarkt. Der ist kein Leben an, aber... Ich fahre mit dem Auto, weil das soll ein etwas größerer Einkauf werden. Und wir sind jetzt einfach gleich drüben. Einen Supermarkt. Köln! 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 und das war es dann hier auch schon wieder. So, hier seht ihr jetzt, was ich gesagt habe, die hier letzten elfmal Milch. Absolut scheiße, die Kacke hochzuschleppen. Dann haben wir jetzt hier das Gefrierfach. Das ist absolut dunkel hier. Was war das denn? Okay, ich bin behindert. Da haben wir hier einmal solche Hähnchen-Dinger. Ich muss sagen, die Dinger feiere ich richtig hart. Da werde ich richtig rolle durch bei so einer Scheiße. Das ist einfach Hähnchen mit so einer Cornflakespanne. Schmeckt so lecker. Ich kann euch mal so ein Bild verlinken, wie die aussehen mit Verpackung. Da könnt ihr euch die auch mal holen. Dann habe ich mir hier dieses Geschnitzelte geholt. Hähnchenbruststreifen. Easy Gemüse. Klassisch Buttergemüse. Dann haben wir hier noch mehr Gemüse. Ich habe absolut viel Gemüse geholt. Leipziger allerlei. Ja, kennt es nicht. Hier haben wir nochmal diese Hähnchen-Dinger. Noch mehr Obst, Himbeeren, Hühnefrikassee. Genau, das war es schon von meinem Einkauf. War diesmal nicht so viel. 46 Euro. Gut, das waren trotzdem 46 Euro. Ja, also das war jetzt kein großer Einkauf. Aber dennoch wäre es fast zusammengeklappt bei dem Preis. Denn ich habe so einfach vor einer Kasse da sagt die auf einmal zu mir so Ja, bitte 46 Euro. Ja, mein Herz hat fast versagt. Ich habe fast zusammengeklappt wie so ein richtiger Klappstuhl. So einfach so zusammengeklappt. Aber na, was wir machen, heutzutage ist alles teuer. Und ja, war jetzt kein großer Einkauf. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr gerne Bewertungen abgeben und meinen Kanal abonnieren. Ich werde jetzt versuchen, echt mehr Videos aufzunehmen und wieder mehr aktiv zu sein, was so auch Real-Life-Videos angeht, Gaming und Pipapo. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video, Leute.